Hi, ich bin der Yassin, ich bin 29 Jahre alt und bin seit sieben Jahren bei Bodystreet dabei. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht und arbeite momentan in der Bodystreet München-Lymphenburg als Studiummanager. Ich habe bis ich 19 Jahre alt war Profibastelball gespielt, habe mich dann leider schwerer verletzt und damit war die Profikarriere weg. Und habe mir dann überlegt, okay, in welche Richtung könnte ich noch gehen, um mein Hobby zum Beruf zu machen. Und bin da auf Bodystreet aufmerksam geworden und konnte hier meine Karriere weiterführen. Typischen Alltag bei Bodystreet habe ich nicht, vor allem in der Rolle als Studiummanager. Mache ich neben den Trainings auch viel administrative Sachen, bei mir geht es auch viel um Mitarbeiterführung. Deswegen kann ich so jetzt nicht sagen, dass ich einen normalen Alltag habe, der immer gleich abläuft. Was mir besonders gut gefällt bei Bodystreet ist vor allem die verschiedenen Mitglieder, weil ich wirklich von Profisportlern bis zu einem Rentner, der ein bisschen was für seine Gesundheit machen will, wo ich alles dabei habe und ich finde, das macht es gerade so bunt und auch interessant. Was mich am meisten an meinem Job bei Bodystreet erfüllt, ist einfach die Entwicklung der Mitglieder zu sehen. Wenn ich zum Beispiel Mitglieder habe, die kommen mit mega Rückenschmerzen oder mit Übergewicht und ich die ein halbes Jahr oder länger begleiten darf und da die Erfolge sehe und dann auch die Dankbarkeit in deren Augen, wenn die ihr Ziel geschafft haben, das ist so für mich die Erfüllung in dem Job.